Hallo allerseits und schön, dass ihr alle mit am Start seid. Ich bin's wieder, der Max. Und wir beschäftigen uns heute zum Anlass des zweijährigen Jubiläums dieses YouTube-Kanals Bahninfos NRW, ehemals der 146er, so er sich ja auf Instagram und TikTok unter anderem noch. Ja, da wollte ich mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr mal zuschaut und immer dabei seid, am Start seid. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch hier weiterhin auf dem Kanal. Und ich dachte, weil ich mich lange nicht mehr gemeldet habe, habe ich heute mal ein paar Dunkelaufnahmen, beziehungsweise ein paar Aufnahmen bei Nachtlicht, beziehungsweise bei Abendslicht. Ähm, es ist jetzt in der Zeit im Winter immer etwas früher dunkel und da habe ich mal an einem Sonntagabend in Köln, dass wir dort jetzt ein paar Aufnahmen gemacht und die möchte ich euch jetzt im Anschluss präsentieren. Es sind aber nur ein, zwei Aufnahmen, also nur einzelne Aufnahmen, äh, aber ich, ähm, gebe euch noch ein paar Tagsaufnahmen und so weiter dazu. Also allgemein Aufnahmen, die im Winter gemacht werden oder im Winter gemacht wurden, jetzt in der letzten Zeit, die ich euch vielleicht noch nicht präsentiert habe. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und ich würde mich über ein weiteres schönes Jahr YouTube freuen und würde mich freuen, wenn ihr da weiterhin gefallen habt. Wenn ihr einen Wunsch habt, wie ihr Wunsch, könnt ihr den gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich versuche den Wunsch dann umzusetzen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.